Okay, der hier ist aber farbig. Moinjen! Na du? Pickettsee. Ist jetzt mittlerweile alles auf den Kopf hier. Aber auch Farbe mit dabei. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Da haben wir wieder das Floss. Ah, okay. Du hast es geschafft. Das letzte Level im Abenteuer-Modus. Ich wollte einen größeren Bannungsaufbau. Aber nun bist du hier. So können wir auch einfach anfangen. Der letzte Gegner. Wegwechsel. Nice. Äh. 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 Was warst du erwarten? Äh. 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 Nein? Oh, fuck. Äh, hallo? Komm. Ich sehe aber mies. Komm, aufgelassen. Ja. Und spring. Ja, 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 ja. Nein. So. Komm. Nein. Oh. Wie viel muss ich auf ihn schießen? Oh, fuck. Wie viel schießt er auf mich? Nein, komm. Schießt ja. Ähm, hallo? Hallo? Fies? Nein? Oh. Geht doch nichts. Komm. Komm. Oh, springen. Komm. Und springen. Und. So. Wo muss ich den da auch noch? Komm. Schieß. Ja. Komm, mal kann ich Bälze buchen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, da unten. Komm, schießen. Nein. Das ist ja gemein. Nein, nein. Nein, schießt. Okay, unten haben wir jetzt viel ausgeschaltet. Ah, okay, da kann jetzt nicht mehr hier die Dings. Ah, okay. Jetzt aber... Ähm... Oh, okay, wir haben den besiegt. Okay. Deutsche Kerndatei. Gut gespielt. Du bist ein wahrer Krieger. Ja, Mann. Nun klicke auf diese Verknüpfung. Lass uns diesen Kern zerstören. Okay. Nein, du wurdest in die Irre geführt. Siehst du nicht, dass das Zerstören dieser Dateien dich davon abhält, Pony Island zu spielen? Aber das Zerstören der Datei ist der einzige Weg, die Handlung voranzutreiben. Wovon sprichst? Sei bereit. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Sicherheitsverstoß. Ähm... 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 Was passiert da jetzt? Okay. Pony Island. Oh, da wären wir wieder. So schön. Wir starten noch ein schönes Spiel. Der schon wieder. Tag, Freund. Mein Name ist Lavi. Und das hier heißt Pony Island. Du spielst als ein wunderschönes Pony. So lockend und über Tore springend. Oh. Aber genug geredet. Probier es aus. Hier kommen ein paar Tore. Klicke mit der linken Maustaste. Oh. Um zu springen? Oh. Oh, wie süß. Oh. Wir haben es geschafft. Halte die rechte Maustaste um einen Schall Luft zu kusten. Oh. Das wirst du brauchen, um Smetterlinge weg zu blasen. Damit sie dich nicht kitzeln können. Oh. Wie süß. das wirst du greifst etwas voraus. Nicht wahr? Du hast mich das nicht mal erklären lassen. Ha 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 ha, ist okay. Ha 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 ha. Ich habe die falsche Maustasse losgelassen. Äh. Äh. Ähm. Du hast gewonnen. Sieht so aus, als sei es Zeit für eine Puzzle-Pause. Oh, oui. Da haben wir ein Puzzle. Das Ziel ist es, den Schmetterling in sein Haus zu bringen. Okay, den nehmen wir schon mal weg. Der muss so. Und dann so. Diese, die Lilanen, äh, Lilanen, äh, sind knifflig. Okay, die... Wenn dein Schmetterling ein Schild erreicht, liegt es zu dem anderen. Ah, okay. Okay, dann machen wir das so und das hier so. Hm. Okay, was ist hier jetzt? Ah. Ach ja, stimmt. Du wirst das hier benötigen. Äh. Äh. Ah. Okay. Es ist egal, welcher Schmetterling zum Ziel kommt. Kriege einfach einen nach Hause. Aha, okay. Nee, das war jetzt blöd. Okay. Nee, das war jetzt blöd. So, dann haben wir den jetzt hier. Und dann machen wir das so. Einen haben wir zu Hause. Nice. Aha. Hm. Hm? Ich würde sagen... Den machen wir hier hin. Den hier. Den hier. Und den hier. Nice. Haben wir geschafft. Wow. Du bist wirklich blau. Oh, danke. Das rüge ich schon immer. Nun lass uns zu unserem Abenteuer zurückkehren. Okay. Was ist... Äh. Es ist wohl das Beste, wenn du die nicht antest. Okay. Das wird immer komplizierter. Ah. Nein. Warum? Das wird immer komplizierter. Weeew! Irgendwie voll süß gemacht. Hier, hier, hier und hier. Habt ihr das mit dem Baum gesehen gerade? Ah, wir sind wieder am Ziel. Nice. Premium Modus. Lege deinen Stirn gegen den Bildschirm, um deine Seele freizusetzen. Oder fortfahren. Wollen wir mal ausrudeln, ob das funktioniert? Warte mal. Mikro ist ein bisschen im Weg. Warte. Irgendwie funktioniert nicht. In dreckigen Bauern. Oh, steht hier. Warte, wir drücken einfach fortfahren. Was? Was stand da? Ich hab Jesus getötet? Oder was stand da? Boah, ich freu mich nachher beim Schneiden. Das wie, äh, hier. Die ganzen Details, die ich jetzt hier im Let's Play übersehen habe, einfach mal wieder zu sehen. Okay, geht wieder weiter. Jetzt so, äh. 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 Habt ihr das gesehen? Dann geht er wieder zurück. Ich glaube, es ist Zeit für eine weitere Puzzle-Pause. Ich glaube, wir machen das hier da hin. Ich glaube, es ist Zeit für eine Puzzle-Pause. Nein, das ist gut. Ich glaube, es ist ein Problem. Nein, das ist wichtig. Ich habe kein Problem. Ich glaube, es ist wichtig. Ja, das ist ein Problem. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, wir müssen jetzt eine Armee hier machen, davon. Ah, ok, ok, das war jetzt etwas schlauer, wir sind hier. Hm. Not too much. Hm. Was passiert, warte mal, ich möchte jetzt einmal wissen, was passiert, wenn ich hier... Äh, hoppala, das war jetzt falsch. Machen wir erst einmal so. Nein, jetzt. Den machen wir jetzt nochmal so. Jetzt will ich wissen, was passiert, wenn der da hingeht. Ah, ok, wir haben da wieder was. Unsere letzte Begegnung vor dem Ende. Gib zurück ein, um Ort zu flassen, oder soll ich dir eine letzte Vision zeigen? Zeig mir meine Vision. Öffne deine Augen, die sind offen. Ok. Äh, nun kannst du eine von... Äh, wer war ich, wo bin ich gestorben, wie bin ich hierher gekommen? Hm. Ein Blümchen? Hm. Ja, ok, mich interessiert schon, wie bin ich hierher gekommen. Wer ich war oder so, interessiert mich nicht. Wie. Bin. Ich. Hier. Ja! Hier! Ohne Fragezeichen! Die Wahrheit! Der ушre! Ohne saturte der Rudy! Alle verdammten Seelen landen hier, bevor sie weiter ziehen. Ok, okay. Fragezeichen! Auf Wiedersehen Sterblicher! Gib zurück zum Verlassen ein! Jetzt frage ich mich, was passiert, wenn ich weiter eingebe Auf Wiedersehen, Sterbrier Gib zurück zum Verlassen ein Nö Knauze Was passiert, wenn wir das sogar falsch schreiben? Mit einem H, dann ein K, zurück Okay Zurück So, aber interessant, was wir hier jetzt uns erschaffen haben, sagen wir mal so Ich würde sagen, den machen wir mal hier hin, den da hin Dann machen wir das so Warte, wir drehen die beiden hier mal um Jo, wir haben einen geschafft, okay Look at you, man, doin you So, let's get started Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020